Ich hoffe, ich bekomme keine Copyright-Strikes hier. Ich hoffe, ich bekomme keine Copyright-Strikes hierfür und selbst wenn. Ist das halt so. Ah, okay, die tun wir also mit in die Faustabdruck. Es muss halt schon sehr scheiße sein, wenn man die Frau verliert, die man liebt. Und dann sollte man den Sohn lieben. Oh Mann, sie liebt diese Song. Ich habe sie seit langem. Langem. Dann hätte er vielleicht, sollte er vielleicht seinen Sohn lieb haben. Oh, ich kann, okay, ich kann nur an die Maschine, wenn ich das Licht anmache. Sehr ungewöhnlich. Papas Hose dazu tun. Notiz? Das ist kein Geheimnis. Hm. Das hat ein Geheimnis. Audra, Snuma. Und wir legen die da einfach hin, was? Sollen wir mal... Hm. Das hat ein Geheimnis. Ich schreibe mir die Nummer mal kurz auf. Vielleicht können wir sie am Telefon einfach wählen. Hm. Wenn wir wollen. Müssen wir ja nicht. Ich schau mal kurz. Dad war so populär. Anscheinend, ne? Nein, ich war wieder zu schnell. Nein. Das war's. Was ist da? Notebox. Scheiße. Wenn der selbst nicht mehr spielen kann. Lass uns mal rausgehen. Ich will ja nicht gerade, die sollten mal rausgehen. Na, schon müde? Schleifst du schon ein? Oder können wir... Orderer anrufen? Wollen wir Papa mal anrufen? Ich meine, er sitzt da aber. Orderer anrufen. Okay, wir mussten sie also nicht aufschreiben. Okay. Orderer. Ähm. Reynolds auf Pizzeria anrufen? Papa anrufen. Wer ist Reynolds? Ich will immer noch wissen, wer Reynolds ist. Hallo? Hallo, Mrs. Reynolds. Das ist Chris. Chris Ericsson. Natürlich weiß ich, wer das ist, Chris. Was eine schöne Überraschung. Sind Sie okay? Ist alles okay? Ja. Das ist gut. Das ist gut. I want to see if maybe Steven could help me add more stuff to the treehouse. Like when he helped Dad build it. I want to add some booby traps. That is so sweet. I'm so glad to see you playing outside like a real boy. Anyway, I'll be happy to let Steven know his services are required. He loves that treehouse. Me too. Gotta keep the bad guys away. What bad guys? Thanks Mrs. Reynolds. Lass uns mal raus gehen. Genau, ich wollte gerade sagen, wo zieh deine Jacke an. Und die Schuhe. Na, jetzt hat sein Cape drüber gezogen oder seine Jacke. No. Oh! 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 ... Musik ... und wer weiß ja eh schon, dass er die neue Konsole bekommt. Pauen wir doch einen Schießstand auf. Des Bierjägers. Ah, okay, mit Schnee. Müssen wir jetzt werfen? Oh, okay. Ziele mit und wirf mit, okay. Ich würde sagen, wir werfen einfach mal hier in die Mitte. Nein. Wieso? Hat doch funktioniert. Oh, und die letzte auch noch? Wir können es nochmal machen. Nein, nochmal machen wir es nicht. Machen wir eigentlich Fußabdrücke? Ja, machen wir. Ernsthaft? Wow. Betreten. Dann betreten wir es doch einfach mal. Das ist schon halt echt krass. Ich muss jetzt selber steuern hier. Oh Gott. Links oder rechts? Schreibt es in die Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Nein, ähm. Fuck. Nach rechts. Wir gehen nach rechts. Sieht einfach wieder genauso aus wie vorhin auch. Links. Sieht einfach wieder genauso aus. Nach rechts. Drei Jahre später. Wir versuchen jetzt mal, was unmöglich ist. Ich bin jetzt nach rechts gegangen. Jetzt gehen wir nochmal nach rechts. Aber haben wir die denn dabei? Die haben wir ja gar nicht dabei. Okay. Drittes Mal rechts, Leute. Das bedeutet, wenn ich jetzt nochmal rechts gehe und dann nochmal rechts, das wäre dann unmöglich. Einmal noch nach rechts. Das geht gar nicht. Ich drücke jetzt auf Verlassen, weil wir kommen ja eh nicht weit. Das ist unendlich. Wir müssen mal nochmal nach einer Karte gucken in dem Zimmer und dann, um dann zu wissen, wo wir hinmüssen. Das ist halt einfach immer nur wieder dieser Abschnitt. Aber er bildet sich den Rest ein, oder wie? Oh, wir können sogar laufen. Springen können wir nicht, sonst hätte ich mal reingeguckt. Schneebeschwörer. Ich kann es nicht finden, wenn ich einen Schnee-Manzer sehe, wie das. Das ist nicht fair. Oh, Schnee-Manzer. Das ist schade. Du warst ein guter Enem. Schau mal auf dich jetzt. Wie solltest du mich trainieren, um einen Mandroid zu kämpfen? Was können wir tun? Was können wir tun? Das ist so geil gemacht. Das ist einfach nur abgefallen. Gehen wir mal hier. Das ist ein Baumhaus. Können wir da rüber? Nein, okay. Das ist ein Baumhaus. Das wäre schon echt nice. Wir haben ja nicht mal, also, hier in der Stadt hat man ja nicht mal ein Baumhaus oder überhaupt einen Garten. Also, das ist schon... Wenn ihr einen Garten habt... Seid glücklich. Wenn ihr einen Garten habt, seid echt glücklich, weil das ist echt etwas, was man... Was nicht viele Leute haben, zu müssen in der Stadt zu müssen. Was kochst mir, mein süßer Liebling zum Valentinstag? Dein Lieblingsgericht? Pizza! Fröhrchen, Valentin, ist mein Herzblatt. Geheime Dekodierer. Dann nehmen wir mal den Dekodierer. Das ist der fehlende Teil. Okay, das ist der fehlende Teil auf der Karte. Den haben wir jetzt mit. Dann müssen wir nur noch die Karte holen und das zusammenfügen. Sprechen wir von der Schule. Sehr geehrte Mr. Ericsson, ich wollte Sie wissen lassen, dass Ihr Sohn Chris diese Woche nach der Schule in einer Auseinandersetzung mit seinem Sohn Harry Sorber und seinen Freunden geraten ist. Chris behauptet, dass sie unangemessene Dinge über sie sagten, aber Harry ist nicht diese Art Kind und kennt sie. Nur durch mich. Wie Sie vielleicht wissen, ist Harry, vielleicht, was, ist Harry, Klassenbester und mit Orden ausgezeichneter Pfadfinder. Vielleicht sollten Sie mit Chris über sein Verhalten reden. Falls Sie diese Schikanen weiterhin anhalten, sehe ich mich gezwungen, mit seiner Schule zu reden. Mit freundlichen Grüßen, Brett Sorber. Das ist wieder dieser typische Scheiß von den Eltern. Das ist mein worstreter Karte. B-D, C, C plus A. Mathematik hier B- Sport D, aua, aua, aua. Englisch C, Geschichte C plus A. Bei Kunst. So sieht das aus, was wir gesehen haben. Ergibt das Sinn. Basketballkarten. Da hätten wir jetzt wahrscheinlich eine rauchen können, wenn wir... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mag diese Einspiele immer gerne. Das ist Noctarius' son. Er sieht wie sein Vater. Stimmt. Vater sagt mir, das ist eine Mädchen-Doll. Also was? Sie ist die Eis-Könche. Von Frozen? So, und mit den Worten würde ich sagen, wir gehen wieder runter. Und sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir die Karte mit der anderen Karte zusammenfügen und dann, ja. Und dann können wir da reingehen in diesen lieben Tunnel und weitersehen. Ciao. Und dann, ja. Und dann, ja. Und dann, ja. Ja. Und dann, ja.